Hi Leute, hier ist eure Scarlet Orissa mit einem kurzen und schnellen Infovideo, wobei so kurz wird das jetzt nicht werden. Es müssen ein paar Sachen angekündigt werden, ein paar Sachen erklärt werden und so weiter und so fort. Hört euch bitte das ganze Video bis zum Schluss an und dann seid ihr informiert. Wow, das ist so ein Geistesblitz gerade gewesen. Egal. Zum ersten Punkt, warum sind jetzt so unregelmäßig Videos bekommen? Ganz einfach, ich hatte eine wichtige Abgabe in der Schule und da habe ich mich dann erstmal darauf fokussiert und gleichzeitig hatte ich sehr viel im Bereich der Ausbildungssuche zu tun. Ihr wisst schon, Firmen laden einen ein, machen Tests mit dir oder reden mit dir, was auch Vorstellungsgespräch genannt wird und davon hatte ich einige. Und die meisten davon außerhalb. Und ich habe noch viele auf dem Radar, das bedeutet, ich bin die nächste Zeit auch noch ein bisschen beschäftigter, was das angeht. Aber ich werde versuchen, so schnell es geht, wieder vernünftig gedreht zu haben, dass ich auch wieder einen Vorrat habe. Ich bin dabei, den wieder auszubauen und nächste Woche, Freitag, habe ich auch schulfrei. Ich denke, dass ich mir da auch ein bisschen Zeit nehmen kann. Außerdem möchte ich im Rahmen dessen, dass ich drehen möchte, morgen den Stream ausfeiern lassen. Das heißt, morgen beziehungsweise heute, je nachdem, wann ihr dieses Video seht oder wann es auch online kommt, am 19.02.2016 wird es keinen Stream geben am Abend. Ganz einfach, weil ich mich hinsetzen möchte und drehen möchte. Und mein Vater ist morgen nicht im Haus. Heißt, ich möchte was für den Kanal tun. Verständlicherweise. So, apropos Kanal und zukünftige Projekte, wenn wir doch schon gerade beim Drehen sind. Also, ich kann sagen, dass der Nachfolger zu KH2 höchstwahrscheinlich feststeht. Das wäre dann, das habe ich im letzten Stream vorgestellt, Gravity Rush Remastered für die PS4. Das wird nach Kingdom Hearts 2 kommen, aber ich werde Kingdom Hearts 2 nicht rushen. Ich wollte nur mal sagen, es kommt. Wenn jetzt nicht irgendwas dazwischen kommt. Wenn irgendwas dazwischen kommen sollte, dann werde ich meinen Plan wieder zum Ursprung zurücksetzen. Und das wäre dann, nach KH2 mit Persona 4 Golden weiterzumachen. Was das angeht, der Plan ist da wie folgt bei Persona. Es geht weiter nach Gravity Rush Remastered. Sollte Gravity Rush Remastered nicht klappen aus irgendwelchen Gründen, kommt dann Persona. Ich bin da dran, dass ich Persona wieder zurückbringen möchte. Und da Gravity Rush ein kurzes Spiel ist, auch wenn ich es bleiben spiele, ich weiß, dass es wohl etwas kürzer sein soll. Möchte ich das vorher bringen, auch weil ich endlich mal ein PS4 Projekt bringen wollte und ich das als nachträgliches Weihnachtsgeschenk bekommen habe. Und es passt einfach ziemlich gut. Sofern ich nicht komplett fehle. Was ich im Stream getan habe. Oh mein Gott, das war furchtbar. Macht nichts. Ich habe mich ja nur mit der Steuerung vertraut gemacht. Alles gut. Dann, was kann ich weiterhin noch ankündigen? Ja, ihr erinnert euch doch sicherlich noch an die etwas alteingesesseneren, an den Kurzsonntag. Ihr wisst schon, diese Abstimmung, die ich gemacht habe, um ein Projekt zu bestimmen, das sonntags immer kommt mit einem Part, wo dann in der Abstimmung ein wenig manipuliert wurde, weshalb ich dann eingreifen musste, mich für ein Projekt entscheiden musste und A Link to the Past gewonnen hat. Ja, ich habe mich jetzt hingesetzt und dank eures Feedbacks habe ich jetzt ein neues System entwickelt. Ich hoffe, dass dieses manipulationssicherer ist als das alte. Und damit dann nicht auf einmal 200, 300 Stimmen abgegeben werden, während nur 80 Leute das Video gesehen haben. Naja, das ist jetzt kein Vorwurf oder so, aber ich bin halt jetzt etwas vorsichtiger in der Hinsicht geworden und möchte deswegen ein etwas sichereres System haben. Und gleichzeitig habe ich auch dafür gesorgt, dass die Abonnenten ein kleines bisschen mehr daran beteiligt sein können. Dazu wird es die Tage noch ein extra Video geben, das wird auch ein etwas längeres Video, weil ich da wirklich alles erklären muss. Und ja, das wird ausschweifen, dementsprechend bleibt da auf dem Laufenden. Und ich würde dann sagen, gibt es sonst noch irgendwas, das ich sagen könnte? Nein, eigentlich nicht. Ich würde dann sagen, ich wünsche euch einen schönen Tag, schönen Abend, wann auch immer ihr dieses Video seht. Ich hoffe, wir hören uns bald mal wieder. Bleibt auf jeden Fall auf dem Laufenden, was das Kurzsonntagsvideo angeht. Und bis dann, Leute. Bye, bye. Bis dann, Leute. Vielen Dank.